Wie ist Ihr Umfeld generell mit Ihrer Leserechtschreibschwäche umgegangen? Also haben Sie das Gefühl, dass es tatsächlich aufgefallen ist? In der Schule ist es jetzt ein sehr spezieller Fall. Hat es Ihre Umwelt tatsächlich mitbekommen, dass Sie eine Leserechtschreibschwäche haben? Wie sind Sie damit im Beruf umgegangen und welchen Beruf haben Sie überhaupt ausgeübt? Also wie die meisten Betroffenen auch, habe ich alles dafür getan, dass es möglichst wenig Menschen mitbekommen, dass ich da so ein Defizit habe. Weil diesem Problem einfach ganz oft, und so war es bei mir auch, ein ganz großes Schamgefühl einhergeht. Als Betroffener hat man einfach das Gefühl, dass das mehr oder weniger alle so beiläufig lernen, möchte ich schon fast sagen. Und man selbst einer von wenigen oder vielleicht der Einzige ist, der das nicht so hinbekommt. Und das ist einfach dann so, dass man damit ganz bestimmt nicht hausieren geht. Man hat auch das Gefühl, dass gerade diesem Thema Lesen und Schreiben so ein Riesenwert zugemessen wird. Also man kann eher mal sagen, man kann nicht so gut rechnen und dann wird dann einfach gesagt, naja, dann solltest du nicht im Rechnungswesen tätig sein oder nimm doch einen Taschenrechner mit, wenn du rausgehst. Aber wenn man sagt, man kann nicht gut lesen und schreiben, dann ist es oftmals das gleiche Stigma, beziehungsweise dann wird dann hinterfragt, wie kommt das, hast du da ein Problem, bist du krank? Und das spürt man als Kind auch schon relativ früh, dass das einfach ein ganz anderes Thema ist. Und dementsprechend versucht man alles, das zu vermeiden, dass das auffliegt. Und das geht natürlich nur bis zu einem gewissen Grad. Also ich hatte dann Vertraute natürlich auch in der Familie, die das auch natürlich mitbekommen haben. Und auch meine Lebensgefährte, meine Freundin damals, die waren natürlich auch eingeweiht. Und die hat mir dann auch ganz oft geholfen, einfach im Alltag. Was das Lesen und Schreiben anbelangt. Und ja, in einem zunehmenden Alter war es auch so, dass ich versucht habe, wo ich es irgendwo nur konnte, das zu verbergen. Also das geht dann so weit, dass man dann lieber lügt, wo man das eigentlich vom Wesen her nicht gerne macht oder gar nicht machen will. Das ist aber dann der Weg, den man eher einschlägt, als dass man auf dem Amt zum Beispiel sagt, ich kann das jetzt hier nicht ausfüllen, weil ich es nicht, ja, einfach nicht leisten kann, weil ich einfach nicht die Kompetenz dazu habe. Dann sagt man eher, man hat die Brille vergessen oder im Zweifelsfall habe ich mir sogar mal einen Arm in eine Schlinge gelegt, um das vorzutäuschen, dass ich jetzt heute gar nicht schreiben kann. Das heißt also ein ständiges Versteckspiel, was man tatsächlich mit seinem Umfeld tatsächlich betreiben muss. Absolut. Und Sie hatten eben noch gefragt gehabt, was ich dann überhaupt für einen Beruf ergreifen konnte und was ich dann auch beruflich gemacht habe. Also ich habe nach der Schule dann über Beziehungen meines Vaters, weil er kannte jemanden in der Werkstatt, jemanden, der in der Werkstatt geleitet hat, eine Ausbildungsmöglichkeit in einem Kfz-Betrieb bekommen. Und habe das dann auch damals, obwohl ich so wenig Lese- und Schreibkompetenzen hatte, hinbekommen. Heute könnte ich ganz klar sagen, mit den Kompetenzen, die ich damals hatte, könnte ich heute nicht nochmal Kfz-Mechaniker werden, weil einfach inzwischen die Berufe immer mehr wegbrechen, wo man mit relativ wenig Lese- und Schreibkompetenz irgendwie zurechtkommt. Auch damals war es so, dass es gerade so für mich zu stemmen war, zu schaffen war. Auch da habe ich dann auch mit Tricks gearbeitet, indem ich mir Spickzettel gemacht hatte und die ich dabei hatte. Zum Beispiel musste man im Werkstattalltag oft was auf einer Arbeitskarte schreiben. Das waren dann die Teile, die man dann am Lager holen musste. Und da hatte ich dann zum Beispiel Spickzettel für. Wie muss ich mir die Spickzettel vorstellen? Weil ausformulierte Texte werden das ja nicht gewesen sein, aufgrund ihrer Schwäche. Waren das dann Zeichnungen? Ja, es waren schon einfach die Begrifflichkeiten, wie zum Beispiel Zündkerze oder Luftfilter oder Scheibenklar und was es so alles gab. Was man für eine Infektion, gerade die häufigsten Dinge, die man in der Werkstatt tut, da hat man sich dann mit solchen einzelnen Begriffen einfach geholfen. Viel mehr musste da auch nicht auf die Arbeitskarte drauf. Aber wenn Sie das jetzt ansprechen, was auch Symbole anbelangt oder irgendwelche Zeichnungen, um sich zu helfen, das habe ich tatsächlich im Werkstattalltag auch getan, nämlich im ersten Lehrjahr. Die Lehrlinge aus dem ersten Lehrjahr waren zuständig dafür, den Einkauf zu tätigen, den Frühstückseinkauf. Und wir waren eine große Werkstatt, insgesamt mit dem Verkauf von Autos, also mit den Autoverkäufern. Und mit dem Büromitarbeiter waren es um die 30 Personen und für die musste man dann einkaufen gehen. Können Sie sich vorstellen, dass sich jetzt alles zu merken, wäre ein bisschen schwierig geworden. Und wenn man halt nicht gut lesen und schreiben kann und man kriegt es dann nicht auf den Zettel geschrieben, dann muss man schon sehr kreativ sein. Und das war ich dann auch und habe mir dann wirklich für gewisse Dinge einfach Symbole ausgedacht und habe die dann aufgeschrieben. Schlecht ist es natürlich, wenn dann jemand auf diesen Zettel gucken will und zum Beispiel mit der Frage, was haben denn die anderen heute bestellt, ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Dann kommt man natürlich in Erklärungsnoten. Dann kommt man natürlich in Erklärungsnoten.